Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica in der Staffel Ghost. So, ähm, ich würde sagen, jetzt gehen wir die Tore durch, wa? In der Hoffnung, dass wir dort, ähm, die, die, die Dings finden. Die Zutaten. Wo ist eine Hotte hier? Der Terrorist hier. Oh ne, sagen wir nicht sowas. Ah, da ist er schon. Ich hör nicht, ich hör nicht, ich hör nicht. So, schnell rein hier wieder. So, wie gesagt, jetzt werden wir die ganzen Portale mal durchqueren für, gucken, ob wir hier das Zeug finden. Wo waren das jetzt? Enzyme zum Schlüpfen. Äh, äh? Wollen wir uns nicht auf einmal hin? Hier stand das letzte Mal noch mehr, oder nicht? Hä? Ich will mir jetzt als rechte, dann brauchen wir ihn ja sammeln. Gab's hier nochmal ein Update bei Subnautica? Ich wüsste es gar nicht. Pilzprobe finden wir eh erst. Oben, irgendwo. Mensch, du geh da hoch. So, ich will mal gucken, wo das überall war. Oh, das wüsste ich schon wieder nicht mehr. Sieht da jetzt? Hm, ne, ich glaube nicht, ne? Doch, na denn. Wo bin ich hier, ey? Ähm, also nochmal gucken. Jetzt zeigt er mehr an. Warum denn das? Augen, Stängels, Arme. Die sind, ich weiss wo. Meereskronen, ja, Pilzprobe, Geisterkraut, Lampenbuschprobe. Ui. Wir sind doch hier. Komm mal rüber her. Hopp. Oh, lass mich doch. Nein. Oh, ich dreh durch hier. Bin ich denn jetzt? Was ist das? Was bist du? Gornisch, ne? Ne. Fein hat er Sitz gemacht. Komm ich hier auch irgendwo wieder hoch? Verdammt. Da drüben, wa? Mann, hier. Alles so enge für den Anzug. Ich hätte laufen sollen, wa? Wo war'n das Portal nun? Da oben. Gut, von da bin ich runtergefallen. Muss ich hier lang? Gehen wir hier weiter. Was ist das? Gehen wir hier von irgendwas? Nö. Klappergefleckter brauchen wir nicht. Pilzprobe ist bestimmt von diesen großen. So, weiter. Ich hab' nicht richtig'n Plan, wo wir hier sind. Geh weg. Was sind das? Wir sind irgendwo. Sind wir hier bei der Kanone? Aurora-Treffpunkt, ne. Da ist schon das erste, genau. Das brauchen wir schon mal. Sehr gut. So, wie viel brauch' ich davon? Ich kann ja mal zwei einstecken vor sich selber. Oh, jetzt sind wir hier an der Insel in der Nähe. 730 Meter in der Nähe. Ist noch ein Stückchen weg. So, Nummer 1. Meereskronen, Pilz, Geisterkraut, Lammbrück. Muss ich jetzt wirklich in jedes Portal reinkraxeln? Das kann natürlich sein. Oder ist hier noch irgendwas anders? Das ist dieses Spuckzeug hier, ne. Das braucht's euch nicht. Also ich denke, bleibt jetzt ist so, ne. Weil ich glaube, es waren fünf Portale. Und da werden wir in jedes rein müssen, denke ich. Jetzt muss ich erstmal wieder einen Eingang finden. Ach, da oben. Nö, durch die Wand die Schopps zerregen. Bumm, das wär Salz hier, ne. Aber brauche ich jetzt gerade nicht. Gut. Alles klar, dann haben wir das erste, die erste Zutat. Wie gesagt, ich hoffe, jedes Portal führt einen zu einer. Zufuß wäre ich bald schneller gewesen, ne. Aber in dem Ding fühle ich mich sicherer. Oh, Mann. Eieieiei. Eieieiei. So, zurück. Na, komm mal hin. Lass dich nicht so feiern, ne, mal her. So, Portal 1. Muss ich gucken, ist hier ein Portal? Hier könnte, glaube ich, der komische Raum gewesen sein, ne. Genau, hier ist kein Portal drin. Halt nicht da, 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 da lang. Irgendwie geht meine Maus auf jeden Fall so schnell. So, hier werden wir wieder ein Portal haben. Ja. So, ähm. Ach du Gott, wo ist ich denn hier? Langsam, 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 langsam. Eieieiei, komm ich hier durch? Einen dicken. Aber, Kopf, ich schluss. Das kenn ich ja nun gar nicht, ja. Aber gut, das andere kannte ich auch gerade nicht. Boah. Langsam. So, was, was war jetzt noch? Was, was wäre ich denn hier filmen? Wiss ich gar nicht. Da ist da groß vielleicht, oder so. Nein. Uuuh. Natürlich, wer nicht. Verpiss dich hier. Komm, der, der ist das denn? Alter. Oh, nee. Der hat sich gar nicht für mich interessiert, oder was? Wo ist denn der hin? Oh, ey. Methan hat er nischt, ne? Kacke, wo ist das Viech? Nein. Ist der mich hier? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Was soll ich denn hier sammeln? Wäre es sicherer, wenn ich das oben irgendwo alles sammeln gehe? Komm, zieh, zieh, zieh Lass mich raus hier Heieiei, heiei, heieiei Wo sind wir denn? Ups Ne, kurz vergessen, hier gehe ich nicht hin Oh, ne Ne, 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 ne Wie gesagt, da frage ich lieber durchs Name ab hier oben bis nach oben und sammle meine Zutaten oben Ich gehe jetzt noch die anderen Portale durch, aber Ne Das kannst du abschmatzen Wenn der richtig, äh, auf Krawall komplett gebürstet ist, dann Raft es mich da hin, ja Der, der frisst mich samt Anzug hier Dann kackt man mir aus, aber es ist Ist ja eigentlich gemein, dass sie das Mich hier so schwer sammeln lassen Warum ist das nicht gleich hier vor der Tür? Boah, ne Oh, ich bin voll fertig Kommt sie durch So, äh Da lang Oh, da können wir schon wieder Ressourcen beuten, Junge Muss man das schnell machen wieder? Warum nicht? Da kann ich alles Batterien, alles schälen, voll kloppen Wurde ich mal gar keine Sorgen mehr machen, Strom, glaube ich Oder noch Ersatzdinger für, für, für die Zyklopen nochmal Ähm Energiezellen Die im Aussteig leckt es wie Sau Naja Wo ist der letzte? Da liegt er Sollen wir nur drei Stücke, aber immerhin Besser wie wir Das leppert sich ja zusammen Man kann ja hier unendlich holen So Ich könnte auch wieder einsteigen, mal Weil das sind irgendwie immer die gleichen Feuer, diese, diese Aufgänge hier So Jippie Hinein Bup Äh Hier bin ich doch auf der anderen Insel, oder? Aurora Treffpunkt ist weit weg Dann muss doch hier irgendwo Ähm Ist hier das Energie und Pulsflösening ist auch so weit weg Hä? Was bin ich denn hier? Haben die jetzt überall sowas? So, jetzt bin ich Draußen im Wasser, ne? Kein Plan, wo ich hier schon wieder bin Was es hier gibt Was ich brauch Ah, Pilze Cool Sehr schön Machen wir Pilzprobe Habe ich sie? Äh Ja Und ich nehme immer alles Der doppelt mit Ich habe ja hier beide Bock Aber ich finde es nur wieder Das Loch hier Engel, Tiefe, Silber Das finde ich nicht mehr Das ist das Problem Sonst wäre ich jetzt Wo ist denn die Base? Da, 800 Meter Das, wie gesagt Das finde ich nie wieder den Graben mehr, oder? Ich weiß es nicht Könnte ich jetzt alles Schön gepflegt Hier oben sammeln gehen Oder ich muss den hier stehen lassen Und hinschwimmen Dann fahre ich das mit der Motte alles ein Das wäre noch eine Möglichkeit Aber das können wir ja dann machen Wir können ja den anderen Sheet Mal gucken, ob das nicht so gefährlich ist Noch einsammeln Das wäre jetzt eine Idee denn noch Ich finde ja jetzt schon nicht mehr Mehr den Eingang Oder? Hier durch, ne? Ein bisschen lang Ja, gut Also das ist eine Idee Dann könnte ich Dann würde ich da hinschwimmen Mit einem Möttchen Dann Ich muss gucken, was fehlt Wenn es dieses Fächerzeug ist Das ist also das Finde ich zu Hause Ruckilecki Schnell Oh, Mist Ich bin schon wieder Mit Essen so leer Verdammt Ich habe nischt weiter mit Jetzt müsste ich eigentlich zurück Noch Essen holen Äh, da lang Das wäre mal Vielleicht mal zuerst mal Ich müsste mir mal so einen Essensblock mitnehmen Vielleicht Ich muss ja das Enzym bestimmt sowieso Oh, da sind schon wieder Dinger fertig Die sammeln wir gleich Wenn es hier vor der Tür liegt Hier, dann muss ich mal mitnehmen Kann ich die gleich wieder rausschmeißen? Na komm, wir jetzt hier So So Wo ist das andere noch da oben drauf Oder was? Na warte, haben wir eine Idee Wo ist sie? Ach so, mit Links kann man es gleich reinnehmen Das habe ich auch nicht gewusst Siehst du mal, einer guck Gut Gut, so Ähm Welche war ich denn jetzt? Die da, ne? Dann haben wir noch die zwei, oder? Ich habe jetzt das Und das Dann hätten wir vier Und das eine, wie ich sage Das Also, es muss jedem was übrig bleibt Ja, was übrig bleibt Und dann gucken wir Was es ist Oder hinten ist der Dicke Dann gehen wir in das Ding nochmal rein Stellen den Anzug da unten hin Dann finde ich das wenigstens wieder Schwimm da die 800 Meter bis zur B Schnapp hier die Motte Und suche Die restliche Ressource Also, vielleicht ist das ja so Vielleicht klappt das ja alles Ich mir das so vorstelle Weil bei dem Ghost Kannst du abschwanzen Mach ich nicht Bin doch nicht lebensmüder Was wollte ich denn jetzt? Ach, was zu essen? Hab, hab Oh, aber So, äh Einmal Schnetzeln Ja, was damals hier los war, wa? Dass man das nicht mehr machen konnte Auf immer Ähm Das gehen wir gleich rausschmeißen hier Hop Alter, guck mal Wie viele Dinger wir hier haben Voll gleich Boah Solche Zutaten Ja, ne, die bleiben Guck, wie kann ich mir merken Die Augenstängel haben wir Und die Pilzprobe haben Aber das wäre ich Kann ich das oben in die Kiste schmeißen hier? Hier rein, schnell mal Oh, ist auch so enge Nee Wir werden das eh hier unten machen müssen, ne? Zeig mal Äh Geräte Nee, nee, nee Ach, bestimmt hier Weil Genau Miereskronen sagen Geisterkraut Lampenbuschprobe Irgendwo ein bisschen Platz Nein Hier, oder? Ja So Wieder hoch Wieder rein in den Anzug 73% aufgeladen Hier hätten wir auch mal so ein Dingsrad schmeißen sollen Moment Hoch Oh, jetzt nimmt er mich nicht, oder was? Könnten wir ja schnell so eine Energiezelle bauen Bitch Darf doch nicht so schwer Ah Was jetzt? Nein Oh, nee Hör auf Ich dreh durch Was, wenn ich hier speich... Nein, jetzt habe ich gespeichert Ich Idiot Ach du Scheiße, warte mal Ich gehe mal... Oh Ich werde sehen Ey, nicht, dass ich... Ey, dreh ich durch Dreh ich durch Ne, ich werde erstmal die Folge beenden Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst dann einen Daumen hoch da Abo, Kommentare Ey, Scheiße Naja Dann hoffe ich, bis zur nächsten Folge war Ciao Ciao Vielen Dank.